Hallo! Hallo! Wir sind Steffi, Carsten und Kodi von Kodis Teubern. Dies ist unser zweites Video heute auf unserem YouTube-Kanal. Den findet ihr wie gesagt unter Kodis Teubern. Erstmal vielen vielen Dank für die ganzen Feedbacks unseren neuen Abonnenten. Schaut euch einfach das erste Video nochmal an. Es ist auf alle Fälle lustig und wir möchten euch heute bei unserem zweiten Video ein Produkt vorstellen, das ihr auch bei uns im Onlineshop erhalten könnt. Das ist einmal die Kodibox. Dort gibt es die Varianten Kodibox S und Kodibox M. Steffi, was ist in der Kodibox S drin? Ja, ich möchte euch jetzt auf alle Fälle zeigen was in der Kodibox S drin ist. Dazu gebe ich jetzt mal den Kodi auf die linke Seite und stelle das Kodibox M. Das ist die Kodibox S. Also die Box ist die Kodibox. Da kommt keine extra Box. Ne, also das ist unsere Kodibox. Okay, wir wollen sie noch ein bisschen verfeinern, aber ich glaube so für Freunde, Leute die gerne vielleicht mit Klemmbausteinen neu anfangen wollen oder einfach mal jemandem eine kleine Überraschung machen oder sonstiges ist dies auf jeden Fall die beste Variante. Wir arbeiten am Design. Genau, wir arbeiten am Design. So, ich öffne jetzt die Kodibox und da, da, da. Also die Kodibox gibt es bei uns in, wir limitieren die Anzahl einfach um das ein bisschen exklusiver zu machen. Auf pro Generation auch jeweils fünf Stück. Wir haben jetzt noch vier von den Kodibox S übrig und von den Kodibox M, da kommen wir gleich noch zu. Es sind auf alle Fälle sehr sehr schöne Sachen drin. Jeder Käufer von einer Kodibox, egal ob S oder M, bekommt auf jeden Fall eine Popfigur, eine zufällig ausgewählte Popfigur. Wir haben davon einige auf Lager. Das sind verschiedene Popfiguren aus verschiedenen Serien. Also nicht immer nur Scotties oder immer nur Star Wars oder sonstiges. Also wir haben alle möglichen Varianten bunt durcheinander gemischt. Dort kommt halt zufällig eine so eine Popfigur rein. Auf jeden Fall. Die stellen wir nochmal hier hin. Dankeschön. Dankeschön. Dann kommt, laut Nico, der Kodibox S ist noch drin. Etwas kleines von Kubi. Genau. Ein kleines Set. Das kann ein Motorrad sein. Das kann ein kleines Flakgeschütz sein. Das kann ein kleiner Panzer sein. Das kann alles mögliche sein. Das kann aber auch, so wie ihr hier seht, eventuell auch mal ein Maserati sein. Oder ein Skodat. Oder ein Trabant. Oder ein Wartburg. Oder ein Wartburg. Jetzt haben wir alles durchgelegt, oder? Polonetz, Lada, Wartburg. Danke, wir gehen jetzt im Maserati durch. Alles klar. Entschuldigung. Also, das kann drin sein. Dies kann drin sein. Und was natürlich noch drin ist, den zeige ich jetzt auch noch. Das ist eine Visitenkarte. Auf dieser Visitenkarte ist für euch, den ich jetzt natürlich nicht zeige im Video, ein Gutscheincode drauf. Genau. Dieser Gutscheincode ist unbegrenzt gültig. Genau. Funktioniert ein einziges Mal. Der ist individualisiert. Und der gibt euch einen zusätzlichen Rabatt von 5% für euren nächsten Einkauf. Also egal, was ihr dann kauft. Wenn ihr dann sagt, ihr kauft euch eine Codibox und kauft als nächstes dann einen Toro 1 zu 16 Königstiger, dann könnt ihr euch da schon mal freuen, dass ihr zusätzlich 5% Nachlass bekommt. Genau. Zusätzlich zu den original schon super top reduzierten Preisen, die wir ohnehin anbieten. Wollte ich gerade sagen, das wäre auf alle Fälle auch dort drin. Das ist unser Codibox erst. Also wie gesagt, ihr hat eine Popfigur. Genau. Dankeschön. Popfigur, verschiedene Varianten, Star Trek, Star Wars, sonstige. Battlestar Galactica, Rick und Morty. Alles mögliche kreuz und fährt durch den Gemüsegarten. Dann ist halt was kleines drin. Entweder von Kobi, dann entweder ein kleines Modell. Ein kleines Modell halt. Entweder ein Auto oder sowas halt. Und dann natürlich halt diesen Gutscheincode, der halt auf der Visitenkarte dann steht. Genau. Das ist unsere Codibox S. Diese Codibox S bekommt ihr bei uns im Onlineshop. Und die Codibox S kostet bei uns 17,90 Euro. Ganz genau. Genau. Wir sind extrem koordiniert manchmal. Heute nicht. Heute nicht. Irgendwie nicht. Also wie gesagt, Popfigur, kleines Gutscheincode. 17,90 Euro. Ich würde sagen, für jeden, der halt gerne mal einen Freund, einen Kumpel, einen Cousin, Familienmitglied oder sonstiges halt gerne super, super tolle Freude machen. Schwiegermutter, Schwiegervater, Onkel, Tante, Schwester, Nachbar. Ja, das werden wir mal gucken. Chef. Schwiegermutter weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Guck mal Schwiegermutter an. Ja, stimmt. Weiß ich auch nicht. Egal. Also wie gesagt, jemanden, um eine ganz, ganz tolle Freude zu machen, sind erstmal fünf limitiert. Also wie gesagt, von der S haben wir noch vier Stück, von der M haben wir noch fünf Stück. Die M beinhaltet. Also die M ist im Wesentlichen die Codibox S in groß. Genau. Und wir werden zum Ende des Jahres noch eine XL-Box bringen. Da wissen wir aber noch nicht, was drin ist. Ja. Aber wir möchten euch jetzt auf meine Fälle die M vorstellen. Die M wird etwas größere Kasten. Auf jeden Fall. Aber in dieser M ist ebenfalls enthalten. Eine Poptigur. Zufällige Poptigur. Genau. Zufällige Poptigur. Genau. So, ich stecke kurz den Kasten runter. Dann haben wir drinnen unseren Gutschenkohl wieder. Auch fünf Prozent. Ne? Lege ich mal da hin. Und was noch drin ist, es ist diesmal halt kein kleines von Kobi, sondern es ist als Beispiel ein Panzer oder ein Flugzeug. Sowas da zum Beispiel. Oder sowas. Oder sowas. Es kann aber auch ein Leo 1 sein. Es kann aber auch ein Königstiger sein. Es kann etwas anderes sein. Also das ist auf jeden Fall. Wie gesagt, die Codibox M. Panzerflugzeug sonstiges von Kobi. Topfigur. Dies. Und die Codibox M kostet bei uns im Shop 32,90. Ohne Versandkosten. Weil die Diesel über 25 Euro liegt, ist es bei uns versandkostenfrei. In Deutschland. Jedenfalls in Deutschland. Ja genau. Auf jeden Fall. Gut. Im Ausland halt. Müsst ihr halt gucken. Versandkosten sind bei uns auf jeden Fall aufgelistet. Aber für deutschlandweit ist es auf jeden Fall versandkostenfrei. Gut. Das waren nun beide Varianten. Codibox S und Codibox M. Das sind, sag ich mal, was zum Verschenken. Auf jeden Fall. Für jeden Geburtstag. Für jede Feier. Einfach mal um jemandem vielleicht auch ein tolles Geschenk zu geben. Um sie zu bedanken. Sonstiges. Auch mal um jemandem Kobi auf alle Fälle vorzustellen. Und zu sagen. Hey, wie findest du das? Ich bin jetzt schon seit Jahren dabei. Ja, komm. Genau. Was natürlich logisch ist, wenn jemand der Meinung ist, er möchte gerne mehrere Codiboxen kaufen, kann er natürlich machen. Ich hab da kein Problem mit. Hast du ein Problem damit? Ich hab da kein Problem. Hast du ein Problem damit? Nein. Dann sind natürlich nicht dreimal die gleichen Sachen drin. Das sollte klar sein. Das wäre ja auch blöd. Es sind immer zufällig ausgewählte Sets aus unserem Lager. Wir greifen einfach mal in die Kartons rein, packen das dann dazu. Karton zu, Klebeband drauf, dann Versandetikett drüber und ab die Post. Auf der Rechnung steht logischerweise nicht drin, was drauf ist, sondern steht einfach dann nur Codibox. M oder S Variante. Und dann muss man einfach ein bisschen Geduld haben, bis der Postmann dann in dem Fall klingelt, ohne das Filmzitat zu nutzen. Nein, der Postmann klingelt dann in dem Fall nicht zweimal. Lass ich dreimal? Außer man ist von DHL, der klingelt dann einmal rennt weg und legt die Karte rein. Ja, genau. Auch wenn man zu Hause ist. Alles erlebt jetzt. Genau. Danke Post. Top Service. Super. Deswegen schicken wir mit DPD übrigens. Mhm. Okay. Also wir müssen noch dazu sagen, auch andere Postquoten, sie haben genügend zu tun. Ja. Also, um ehrliche Weise zu sagen. Den Job möchte ich nicht machen. Nein. Die Jungs und Mädels machen einen super Job. Die haben extrem viel zu leiden in letzter Zeit. Und das wird nicht sehr viel weniger werden, schätze ich mal. Daher, ja. Es ist halt nur uns aufgefallen, dass unser Postbote einfach klingelt und dann das Kärtchen in den Briefkasten wirft. Und dann, sobald wir dann unten an der Tür sind, auch nur noch die Kretchen in den Reifen vom Lastwagen hören. Kann man machen. Ist dann halt doof. Finde ich auch so. Aber was soll's. Paket ist da. Alles gut. Das dazu. Kodibox S, Kodibox M. Genau. Genau. Was kann man noch erwarten von uns in Zukunft? Also wir bereiten auf alle Fälle zum Ende des Jahres für die Weihnachtsaktion eine XL-Box vor. Momentan gehen die Pläne da in Richtung großes Flugzeugmodell oder zwei Panzer oder zwei Flugzeuge. Oder wir kombinieren einfach zwei S-Boxen und machen da zwei kleine Modelle und ein Panzer oder sowas. Das ist alles noch nicht final. Das liegt auch im Wesentlichen an der Zulieferung von den Kartons, wo wir es reinpacken. Ganz einfach. Da geht es noch nicht um Kosten, da geht es einfach nur um Verpackungsmaterial. Das Problem ist ganz einfach. Wir können nicht diese Kartons nehmen und da einfach Papier drum wickeln. Das geht nicht. Ne, das sind die Post und Sammeln. Eben. Die würden das schon machen. Das Problem ist, es gibt eben auch Leute, die sammeln diese Boxen. Und wenn wir da dann Packpapier drüber machen, dann wissen wir nicht, was die Post oder die Postdienstleister, egal wer es ist, egal wie die heißen, mit den Paketen machen. Wenn die dann beschädigt sind, dann sieht das halb blöd aus in der Sammlung. Genau. Und das wollen wir nicht. Deswegen arbeiten wir da momentan noch ein bisschen dran, wie wir das am besten machen. Wir sind noch nicht zufrieden. Wir sind noch nicht zufrieden mit dem Design der Kodi-Boxen. Wir wollen das alles noch ein bisschen schöner machen. Kommt aber noch. Kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. Also wir arbeiten dran. Genau. Seid geduldig bitte. Tut mir leid. Ne. Ok. Haben wir noch was? Ich würde gerne unseren Bestseller vorstellen. Einen Bestseller? Stell unseren Bestseller vor. Das ist einer unserer Bestseller. Da liegt mein Mirage. Musst ich jetzt. Ich bin extrem gelenkig. So. Die. Ich glaube, die dreht sich schon weg. Die meinte ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also die. Momentan sind unsere Bestseller wirklich die Mirage und die Raffan. Moment mal kurz. Die ist so. Die ist so. Die ist so. Die ist so. Die ist komisch. Nicht. Nicht anfassen ein bisschen. Gut. Da. Ja. Ähm. Also wenn ihr auf moderne Jagdflugzeug steht. Dann solltet ihr euch die vielleicht wirklich mal angucken. Die sind momentan wirklich unschlagbar günstig. Ähm. Die 24,90. Nein Quatsch. Die 24,90. Und die 27,90. Genau. Ähm. Wenn ihr beide reinpackt, dann in jedem Fall was an kostenfrei. Deutschlandweit. Deutschlandweit. Und auch traumhaft schön zum Aufbauen. Wieder gesagt. Ein Partnerprojekt bei uns lag bei beiden ungefähr so zwischen zwei Stunden. Wir haben uns Zeit gelassen. Wir haben uns Zeit gelassen. Auf jeden Fall. Und ähm. Ja. Anleitung auch sehr verständlich. Super schön gemacht. Und man sieht auch, es ist wirklich halt alles aufgedruckt. Ja. Da sind keine Aufkleber dabei. Nein. Ist auch von der Verarbeitungsqualität wirklich extrem gut. Und auch. Ja. Erstaunlich stabil. Genau. Und ähm. Ich zeig dir jetzt einfach mal auf. Das ist wirklich wie ihr seht. Das sind keine Aufkleber. Da kann man nichts abreißen. Sonstige und so weiter. Sondern ist alles komplett aufgedruckt. Genau. Ne. Das sind auch die neuesten Sachen bei Kobi. Das seht ihr auch überall. Das steht auch auf jeder Box halt drauf. Äh. Dass das Ganze printed ist. Das gibt's auch bei den neuesten Schiffen. Oder sonst. Es gibt keine größtenteils bei den neuesten Sachen. Keine Aufkleber mehr bei Kobi. Sondern wirklich definitiv alles bedruckt. Genau. An der Stelle vielleicht nochmal die Information. Ähm. In etwa zwei Wochen haben wir wieder Zeppelin im Shop. Ja. Ähm. Wir müssen mit dem Zulieferer nochmal diskutieren. Wie viele. Ja. Weil der jetzt auch ein bisschen hinten hat. Aber. Auf alle Fälle haben wir dann wieder welche. Ja. Kaputt? Nee. Ja gut. Das ist da nicht richtig gefunden. Ich bin stolz. Ja. Ich auch. Sieben hat mich heute auch nicht. Ja. Gut. Jo. Das soll's dann auch schon wieder gewesen sein. Also. Wir machen jetzt immer so kurze Videos. Dass es nicht allzu anstrengend wird. Und allzu langweilig. Genau. Und einfach. Wir können sonst noch eine dreiviertel Stunde Zeit vornehmen. Wie geht's euch so? Alles gut? Ja. Ich hab's mal schon gesagt. Wie ist das Wetter? Also Wetter ist bei uns heute schon. Nein. Echt. Also wie gesagt. Wir wollen einfach nur kurze Videos machen. Euch uns vorstellen. Damit ihr auch wirklich merkt. Wer ist hinter dem Shop? Wer sind die Leute? Was gibt's auf jeden Fall bei uns? Dann einfach immer nur bei jedem Video eine kleine Sache vorstellen. Die es bei uns gibt. Wie gesagt. Heute unsere Codiboxen. S und M. Wiederhole ich gerne nochmal. Ja. Also Codibox S und Codibox M. Es gibt keine Codibox SM. Nein. Die Frage. M und S auch nicht. Also Matschenschnee auch nicht. Also Codibox S, Codibox M. Das ist mal zur Klarstellung. Ja. Sehe ich auch so. Sowas verkaufen wir nicht. Nein. Sowas verkaufen wir nicht. Also wie gesagt. Codibox S im Online Shop kostet bei uns 17,90 Euro. Plus eben Teilversand und die große M. Das war jetzt gerade mein Handy. Dein Name. Genau. Und die große Codibox M. Die kostet 32,90 Euro bei uns im Shop. Ist dann halt fast an kostenfrei. Dann nochmal unsere schönen beiden Bestseller. Die Mirage und die Raffal C. Traumabschöne Flieger. Schön zum Basteln. Auch für kleine Kinder. Und welche die wirklich kleine Jungs, kleine Mädchen geblieben sind. Alter spielt hier wirklich keine Rolle. Guckt einfach bei uns im Shop. Bestellt sie euch. Und fangt an zu basteln. Genau. Wir merken uns dann mit dem nächsten Video einfach. Nächste Woche Mittwoch. Also wir senden die Videos immer zum Mittwoch. Weil Mittwoch ist ein schöner Tag. Mitte der Woche. Kann man sich drauf freuen. Weil es ist nicht so ein Mittwoch was anders, was immer kommt? Bergfest. Bergfest. Der stimmt Bergfest. Genau. Warum auch immer das heißt. In der nächsten Folge zeigen wir euch ein paar Topo-Modelle. Genau. Mal schauen. Entweder etwas Kleines 1 zu 24 oder ein großer 1 zu 16. Mal schauen, wie wir Lust und Zeit haben. Und dann. Lust und Zeit. Lust und Zeit haben wir immer. Okay. Gut. Wir werden einfach sehen. Dann haben wir das auch besprochen. Genau. Lasst euch überraschen. Einfach bei unserem dritten Video dann halt. Es ist jetzt wirklich jeden Mittwoch dann halt immer ein kleines Video. Vielleicht auch mal zwischendurch. Einfach eine kleine News. Was ist bei uns neu drinne? Einfach euch zu informieren. Wir haben das und das wieder im Shop drinne. Ihr könnt es neu bestellen. Sachen, die wir zum Vorbestellen haben. Schaut einfach vorbei bei uns im Kanal YouTube. Jetzt weiß ich was du meinst. Mittwoch ist Hack-Tag. Genau. Also Mittwoch ist nicht nur Hack-Tag für die Insider, sondern auch Kuli-Tag. Genau. Mittwoch ist Hack-Tag und auch Kuli-Tag. Schöne Grüße an Felix Lohreich. Tobi Schmidt. Wir sind große Fans. Ja auf jeden Fall. Entschuldigung. Nein. Warte. Auf jeden Fall. Also wir machen es jetzt 14 Mittwochs. Irgendwann lassen wir uns an dem Flugzeug stehen. Ja. Und zwischendurch eventuell ein paar Videos, wo wir jetzt sagen, heiße News raushauen. Wir haben euch informiert, was ist jetzt gerade wieder Online-Shop. Was können wir bei uns vorbestellen. Was ist jetzt gerade halt wieder neu reingekommen. Zum Beispiel auch mit Panzern. Jetzt bei Toro-Panzern. Was ist jetzt wieder abgedreht. Ja. Wir haben einen Newsletter. Meldet euch an. Könnt ihr auf der Seite machen. Da unten wird unser Wasserzeichen sein. Ich gehe davon aus, ich packe es auch richtig rein. Da steht dann www.kodiesteubern.de Ihr könnt uns aber auch gerne halt auf unserer Facebook-Seite besuchen. Schreibt uns einfach da. Schreibt uns eine Nachricht. Wir beantworten immer gerne alles. Wir helfen euch auf jeden Fall auch, wenn ihr Probleme habt. Bei uns werden sie geholfen. Genau. Bei uns werden sie geholfen. Und wir haben auch eine Instagram-Seite mit kodiesteubern-like. Auch dort schreibt uns, sagt uns, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder irgendwas, keine Ahnung, haben wollt, und wir können es versuchen gerne zu besorgen. Wir knien uns dann rein. Wir schreiben mal eine Anleitung, wie sowas funktioniert. Genau. Und dann halt schaut dann in unseren Shop und ihr habt alle Möglichkeiten, das Ganze dann auch zu bezahlen. Wie gesagt, Kreditkarte, Paypal, Amazon Pay, Sofortüberweisung, Ratenzahlung, GiroPay, Ideal, Bandkontakt. Genau. Die haben wir auf jeden Fall. Schaut einfach rein. Bestellt bei uns. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder Fragen, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Also, das war's für heute erstmal. Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Wir melden uns dann in einer Woche nochmal. Tschüss, danke Steffi, Cody und Carsten. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.